Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge von Dungeonborn. Wir sind in einer Drei-Gruppe unterwegs. Ich habe mal ein bisschen Solo was gemacht und ja, wir sind jetzt hier mit einer Drei-Gruppe und schauen mal, dass wir hier vielleicht wieder ein bisschen Action machen. Ich habe jetzt nicht so krasses Equipment, weil ich habe noch mal ein paar Runden gespielt und bin leider gestorben. Ich habe ein bisschen was verloren, aber hey, halb so wild. Ein bisschen Zeugs haben wir ja, ne? Ein bisschen grünen Zeugs. Sollte eigentlich passen, hoffe ich. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Ring. Ach, guck mal da. Das bietet sich doch direkt perfekt an. Oh, na du. So. Ja, der ging ja völlig daneben. Äh, was sind das für Geräusche da oben? Nix gut. Oh, passen Männer. Wir müssen abhauen. Nein. Nein. Oh, super. Ich habe mich selber. Nice. Oh, wegen diesem verdammten Auge. Dieses blöde Auge. Aber ich glaube, einen haben wir. Ne. Haben wir nicht. Mann. Das fängt ja gut an. Oh, Mann. Ja, da sind die direkt alle abgehauen, ne? Kein Wunder. Okay, wir rüsten es einmal neu aus. Ähm, ich nehme jetzt nicht so viel Trinke mit. Ich will nicht alles verschwenden, obwohl einmal so... Ja, das können wir so machen. Glaube, Geschicklichkeit ziehen wir uns wenigstens an den Ring. Aber was haben wir denn da? Glaube. Also, ich habe so viel mit Glaube, ne? Eigentlich Priester spiele ich gar nicht. Okay. Geschicklichkeit. Gut, lassen wir erst mal so. Obwohl, ich habe hier sogar noch so eine Kette, ne? Ja, bewahren wir es erst mal auf. Es ist leider blöd gelaufen. Die Runde, die lieb ja mega Müll. Sag ich mal. Warte mal, wir können ja einmal... Okay, dann holen wir uns eine Hose. Für 7000. Ne. Ne, 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 ne. Das machen wir nicht. Geschicklichkeit ernsthaft? Naja, egal. Was soll's. Warte mal, habe ich nicht noch. Komm, wir gönnen uns mal. Und weg mit dem Müll. Was haben wir hier noch? Abschirm. Absorvation. Wir nehmen uns den hier mit. Oder? Okay. So, komm. Gut. Ja, hoffen wir mal, dass die nächste Runde besser wird. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ich hoffe, die geht nicht wieder nur zwei Minuten. Gut, Leute. Da sind wir in der nächsten Runde. Wir sind diesmal... Hier. Die Teamlead hat irgendwie das hier ausgewählt. Warum auch immer. Aber gut. Dann machen wir erstmal von hier oben ein bisschen. Alles klar. Gehen wir mal runter, weil da ist doch direkt... Was grünes. Was grünes, her damit. Oh, es hat er zwei. Nice. Nochmal. Lassen die den grünen Kram liegen. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, ne? Immer her damit. Immer her damit. Alles für Onkel Ray. Lässt alles liegen. Nice. Ich hätte den Kopf vielleicht gar nicht mitnehmen müssen. Ich hätte jetzt den grünen angezogen. Aber gut. So ist nochmal das Leben. Oh. Jetzt bloß nicht so sehr aufteilen. Oh, cool. Ich hoffe, ich komme raus. Ist hier Beute... Ohne Ende. Warum ist es so rot? Achso. Das war klar. Das war doch klar. Ey, ich bin so schnell down. Oh, ganze Gruppe down. Die haben gefühlt... Oh, er ist solo. Ich stehe hier von hier. Das ist ne linke Ratte. Mann! Ich spiele ne Runde Sohle. Runde Sohle. Natürlich spiele ich ne Runde Sohle. Solo Runde oder entweder... Mach mal mit der Gruppe. Achso, das ist doch unser Teammate. Der lebt noch. Hätte ich die mal beobachtet. Ich dachte, ich wäre jetzt ein anderer. Ich dachte, alle wären tot. Na gut, wir können es ja mal ganz kurz umschauen, ob wir doch... Die Hose können wir nichts mitnehmen. Na, immerhin. Ja, es liegt nicht ganz so wie geplant, ne? Da brauche ich auch mal meine ganzen Tränke. Das ist nicht so ideal. Nehmen wir uns mal den hier mit. Mit wem kaum mehr von denen hier. Ich sollte auf jeden Fall ein bisschen Solo was starten, denke ich mal, ne? Was für ein Todesritte hätten wir echt viel. Und kam ehrlich, schau zu. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Das ist aber ein paar Epics, ne? Ja gut, das habe ich ja umsonst sozusagen. Na, toll, Ring. Nackt. Nicht auf Brust auf Ring. Wer hätte es gedacht. Gut, warte mal. Wir machen mal hier einmal klein. Und ich habe hier Schwert. Wir können das doch, glaube ich, mal langsam upgraden. Ne, immer noch. Doch. 150 Schattenschaden. Heiligschaden. Blitzschaden. Kälte. Feuer. Physik. Keine Ahnung. Kälteschaden? Nicht freigeschaltet. Warum? Wie soll ich denn einen weiteren aufrüsten? Ach, ich brauche jetzt nochmal 300. Alles klar, okay. Das ist sehr teuer. Aber wenn man das geschafft hat, dann lohnt es sich, ne? Ich habe mit denen sehr viel Halt tränke. Einen lassen wir mal hier. Ich mache mal eine Solo-Runde. Dem Equipment sollte ich eigentlich ganz gut vorankommen. Hände. Wir haben eigentlich alles, ne? Ja. Ja, machen wir einfach mal. Mal bitte das hier. Gut. So ist nochmal das Leben. Habe ich jetzt zweimal verloren. Bisschen Kram verloren. Halb so wild. Ich habe davor zwei, drei Teamrunden gehabt. Da haben wir ordentlich Kram gesammelt. Konnte ich auch viel grünen Kram verkaufen. Ey, Leute nur. Ein anderer. Ey, wenn jetzt nur einer da drin bleibt, dann hätte ich ja sozusagen Free Loot sozusagen, ne? Wenn es nur noch ein zweiter da ist. Zu dritt. Mit meiner Rüstung. Eigentlich sollte ich das ohne Probleme schaffen. Betonung liegt auf eigentlich. Ich würde mal ganz gerne gucken, was so Rüstungen die haben. Zeig mal her. Ah, ah, ah. Wenn dich nicht gucken darf, darfst du auch nicht. Vergiss es. Ja, wir haben ja so ein gratis Schwert, ne? So ein gratis, äh, episches. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon ein nettes Teil. Deswegen, ich will unbedingt mein Schwert auch so hoch bekommen, dass ich auch auf jeden Fall mir ein Epic-Schwert immer machen kann. Oh, warte mal. Es geht los. Und das schön ist, wir sind am Rand. Das ist gut. Am Rand ist immer gut am Rand aufhalten. Dann können wir ja irgendwo sammeln. Ganz entspannt. Und ja. Das lief jetzt nicht wie geplant. Heilung gönnen wir uns jetzt erstmal nicht. Gut, das werden wir bestimmt eh wegwerfen. Runter. Ach, ach so. Alles klar. Ja, dann, äh, er wird erstmal entspannt. Das ist aber kein Spiel, oder? Nein. Gut, hauen wir uns ein rein. Ich habe ja eh genug. Und wir werden bestimmt noch... Oh, sehr gut. Den ein oder anderen Heilsfang werden wir bestimmt noch finden. Bin ich mir sogar sicher. So. Gut, den lassen wir. ja mit ausreichend habe ich heute irgendwie nicht sondern hätte ich mal die runden aufgenommen wo es sehr gut lief die waren echt mega aber gut und da rechts gut dann gehen wir mal rein der könnte mich mal schönes droppen gut mal schöne schuhe warum nicht ach so ich dachte weil die rote augen hat ich dachte das ist irgendwas besonderes aber das ist komischerweise noch viele beute ja das weiß nicht so schlau von mir aber gut nein warum schlägt dann noch mal zu ganz ruhig ja ganz ruhig und entspannt so haben wir was nettes drin nicht wirklich nehmen wir erstmal mit wie immer was soll jetzt wir haben genug tränke wir einmal so ein dreier verbrauchen das nicht schlimm wir finden bestimmt noch den einen oder anderen heiltrank dann noch ein paar hier von den flächen und nehmen wir mit vielleicht können den gleich verbrauchen stärkering ja komm warum nicht wir erstmal mitnehmen soja gut dann gehen wir direkt hier oben durch ach guck mal wir müssen langsam trotzdem ein bisschen für platz sorgen langsam aber sicher würde mir der platz ausgehen und wir sind ja nicht so viele leute deswegen sollte eigentlich ohne probleme ungestört hier lupen können und ganz viel grünes solz das muss nehmen können das war fail ja entspannt ne ruhe und frieden so ja den herr damit obwohl dann kann man den ja eigentlich so würde vielleicht noch mal eine einhand waffe reinhauen der steht ja nicht umsonst auf so bestimmt oben einer gewesen kann man jetzt schlecht gucken nein kleiner hund oh ich bin so nun ich bin so ein er hat mich einfach richtig gesnackt ich bin so ein warum hat er so viel schaden geballert du kleiner ich raste aus man heute läuft es gar nicht heute läuft es überhaupt nicht leute was soll ich euch sagen warum habe ich eine armbrust und feile aus mitleid irgendwie habe ich so ein mitleid zeugs bekommen wenigstens ring ja das ist so ein bisschen blöd man heute läuft gar nicht nur heute läuft überhaupt nicht gut können wir so ein bisschen kram hier mit eine können wir uns hier gönnen lassen wir erstmal grünes schwert armbrust ja komm nimm erstmal mit warum nicht äh was haben wir denn hier für halsketten intelligenz ausdauer ja komm ich würde sagen so ist in ordnung gut komm die runde muss was werden wenn nicht dann äh dann weiß ich auch keine ahnung jetzt geht der mal rein raus dann bleibt draußen kollege so leute dann hoffen wir dass diese runde auf jeden fall mal besser wird also heute ist bis jetzt nur reine katastrophe nicht einmal ist da so geiler loot drin nicht einmal was gutes gewesen seit wann sind die tränke blau vielleicht noch nie hä hab ich irgendwas verpasst oh kann es sein dass die hier extrem viel grün haben trocken und scheint alles klar das ist cool ich sollte öfter hier reingehen ob du zum loot sammeln ist das hier im geilsten aber das andere ist ja schwerer warum ist da lechterer loot und hier ist besser das verstehe ich irgendwie nicht so ganz ne ja super der klassiker man komm her man hat er geschossen oder habe ich mich selber nee mein teammate hat mich verletzt oder gut ich hätte gar nicht so viel mitbringen brauchen gut hätte ich mir eigentlich sparen können ähm nehmen wir uns das Thema schon mal rein ganz ruhig Leute ganz ruhig wartet mal auf den guten alten Onkel Ray man die sieht man so schlecht die dropen immer grün kram ne wille ja super das ist meine meine heilung mein loot ja irgendwie man so müssen aufpassen wegen anderen spielern aber ich glaube aktuell sieht es ganz angenehm aus blau natürlich kleiner gauner ja damit Onkel Ray Bob Beute boah der andere ist jetzt weg ja super und wo ach so ach so ach so klein gauner und da kamen ganz nicht die schüsse grenzhaft ja super gut ich gehe aber auf ganz schön fies ich hoffe der überrascht die von hinten oder so ich bin fernkampf so ne nita das ding ich habe auch keine andere heilung ne jetzt irgendwie ein bisschen blöd das andere ach so blöd mir da ist der Kollege ja gut ich würde den Kram irgendwie ganz gern behalten deswegen düsen wir mal mit dem einfach jetzt durch ich habe leider nichts im unsichtbar machen ich muss dann wohl einfach so ran das ist mir bloß mein Zeugs super ich habe keine heilung oh man ich brauche einen Trank ach komm ernsthaft nein 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 ich bin tot ja super ah man ich bin nur am verlieren ja diese diese Runde dieser Tag ist eine komplette Katastrophe ich gehe einfach in der nächsten Runde ohne irgendwelchen Kram rein auch so ja so ein Billig Kram äh wir nehmen jetzt für die nächste Runde einfach eine Hose mit und dann geier ich diesmal gut das lief nicht wie geplant Leute das lief leider nicht wie geplant ich würde sagen wie immer bewerten und kommentieren nicht vergessen ansonsten würde ich sagen einmal fail in die Kommentare und bis zur nächsten Runde wieder ciao 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 ciao